Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Rasenkreuz von Mecken, Novena, fünfter Tag. Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt. Nun ist das Kreuz das Zeichen der Erlösung, das Zeichen des Heils. Mit diesem Zeichen werden wir gesegnet und segnen wir, empfangen und vermitteln wir Gnade. Herr Jesus Christus, du hast auf wunderbare Weise in Mecken eine Teigemünde, jene Pfarrei, in der der Segenspfarrer von Algäu, Pfarrer Augustinus Sieber, so gnadenvoll gewirkt hat, ein Kreuz im Rasen entstehen lassen. In unserer gegenwärtigen Not, kann man die Not nennen oder den Wunsch, kommen wir im Geist vertrauensvoll zu diesem heiligen Ort und erbitten deine Hilfe in unseren Anliegen. Wenn es dein heiliger Wille ist und es zu unserem Heile dient, so erlöse uns von diesem Übel und nimm den Kerch unserer gegenwärtigen Not von uns. Aber nicht meins, sondern dein Wille geschehe. Schenke uns Geduld, unser Kreuz zu tragen, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist. In tiefer Demut beten wir dich an und loben und preisen deine große Liebe und Barmherzigkeit, mein Herr und mein Gott, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz wirst du die ganze Welt erlöst. Heiliges Kreuz, du unsere einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Amen. Fünfter Tag, Maria. Maria, du bist deinem Sohn auf dem Kreuzweg gefolgt und standest dann als Mutter der Schmerzen unter dem Kreuz. Vom Kreuz herab hat dich dein Sohn auch uns zur Mutter gegeben. Du bist zutiefst mit deinem Sohn und seinem Kreuz verbunden und bist du uns als Schmerzensmutter und Miterlöserin bei uns. Du stehst uns bei, damit wir getreu unter dem Kreuz bleiben, bis es uns von Jesus abgenommen wird. Herr Jesus Christus, wenn uns ein Kreuz auferlegt wird, so lass uns auf deine Mutter schauen, die Tapfe unter dem Kreuz ausgehalten hat, damit auch wir unter unserem Kreuz bleiben und so zusammen mit ihr mithelfen an deinem Erlösungswerk. Darum bitten wir, um deines heiligen Kreuzes willen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Ersterbens. Amen. Er sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. So wie einst in Jerusalem unter dem Kreuz deiner Mutter und Johannes, Maria Magdalena und andere Frauen standen, so stehen auch wir hier. Es fehlen uns die Worte, um all das auszudrücken, was unsere Herzen empfinden. Es drängt uns aber, dich zu bitten, bleibe bei uns durch dein heiliges Kreuz. Wir bitten dich, bleibe du bei der Kirche, bleibe du bei der Menschheit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn auch vielleicht viele Gleichgültigkeit an deinem Kreuz vorübergehen, einige sich von ihm entfernen und andere nicht bis zu ihm hingelangen. Denn vielleicht brauchen die Menschen heute mehr als je zuvor diese Kraft und diese Weisheit, die du selber bist. Du allein, durch dein heiliges Kreuz. Bleibe bei uns in diesem tiefen Geheimnis deines Todes, in dem du geoffenbart hast. Wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Bleibe bei uns durch deine heilige Mutter, die du vom Kreuz herab jedem Menschen anvertraut hast. Bleibe bei uns. Hin zum Kreuz will ich gehen, will die vielen Wunden sehen, will betrachten deinen Schmerz, schauen in dein offenes Herz. Dann will ich voll Reue klagen, ich hab dich mit ans Kreuz geschlagen, meine Sünden sind schuld daran. Sie haben dir so wehgetan. Jesus, höre meine Bitten, hast ja auch für mich gelitten. Gib mir eine wahre Reue. Meine Sünden mir verzeih. Deiner Mutter liebend Herz. Erfüll meinen Reueschmerz. Dass ich dafür mit deiner Lieb. Dir Dank und Treue ewiglich. Amen. Amen. Durch die Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du, oh Gekreuzigter, die Aufmerksamkeit der Menschheit wieder auf dein furchtbares, qualvolles Leiden und Sterben auf dem Kreuzesfall hingelenkt. Wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du die Gnadenstätte des Rasenkreuzes eröffnet und gezeigt hast, mit welcher übergroßen Liebe du die Menschen retten wirst. Mit dieser Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du der Menschheit, die von der Sünde verblendet, im Hochmut und Stolz dein Erlösungswerk nicht mehr beachtet hat, einen neuen Rettungsanker in die Hände gelegt. Wir bitten dich, sende von dieser heiligen Stätte aus recht viele Gnaden in die Herzen der Menschen, damit sie zu dir finden. Zu dir, dem Gekreuzigten, der einzig und allein unsere Rettung und Erlösung ist. So opfern wir dir, himmlischer Vater, die Wunden, die qualvollen Schmerzen, das kostbare Blut und das ganze Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Krankheit der Seelen aller Menschen zu heilen. Amen. Amen. Lieber Segenspfarrer vom Allgäu, Augustino Sieper. Wir bitten dich um deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Danken dir für deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Ein ewiges Vergeltsgut. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Zur Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um unsere Seelen zu heilen. Zur Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der linken Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zur Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des rechten Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zur Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des linken Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zur Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Seite. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Wie wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich. Weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich. Weil du über alles lebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Deines unbefleckten Herzens, schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020